labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer Geschichte ungenügend eine Produktion von Sofakusch.de ein heiterer Geschichtspodcast mit Abil Xavier Unsinn und Janni Imhof Hi, hallo, herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend einer Produktion von Sofakusch mit mir, Janni Imhof und meinem Dauergast Abil Xavier Unsinn Hallo Abil Xavier Unsinn, wie geht's? Ja, gut geht's, das Licht geht draußen nicht an, aber der Kopf ist wach insofern können wir loslegen und lustige Sachen erzählen Es ist Frühwinter 2020, daher wenig Tageslicht, aber wir haben trotzdem Bock und worauf wir Bock haben und was wir hier machen, erzähle ich jetzt mal ganz kurz Wir sind ein kleiner, heiterer, unterhaltsamer Geschichtspodcast wo ich alle zwei Wochen, beziehungsweise alle zwei Monate eine lustige Geschichte, eine interessante Person, eine strange Begebenheit aus der Weltgeschichte vortrage und mein Gegenüber Abil Xavier Unsinn auf die falsche Fährte-Locke zwischendurch Bis wir dann beim Thema angelangt sind Da sind wir hier, weiß Gott nicht, die einzigen Ja, wir machen das halt hier trotzdem, weil wir Bock drauf haben Und wir steigen auch heute an Wir sind heute im 20. Jahrhundert Und das heißt, wir haben ja sonst immer sehr viel in unseren vergangenen Folgen, in unseren Prototyp-Folgen immer sehr viel mit Otto von Bismarck, der Wuchtbrumme aus Schönhauser an der Elbe zu tun Und auf dem Bismarckometer ist die Folge heute, er kommt nur einmal vor Genau Aber er kommt natürlich vor Genau 0,7 Und der Titel der heutigen Folge lautet Beeil dich, du Flitzpiepe, ab 12. Jahrhundert arbeiten wir für die Gegenseite Ah, so, so Klingelt da schon was? Flitzpiepe klingt eher so in Richtung Didi Hallervorden Dieter Hallervorden wird am 05.09.1935 in Dessau geboren Er beginnt 1953 ein Studium der Romanistik an der Humboldt-Universität Geht 1958 aber in die Bundesrepublik Deutschland 1960 gründet er in Berlin das Kabarett Die Wühlmäuse Und ich glaube, die meisten Leute kennen Dieter Hallervorden einfach sehr gut Der ja auch bis ins hohe Alter einfach immer noch aktiv ist und rumramentert Und wie ist so dein Verhältnis zu Dieter Hallervorden? Ja, Moment mal Du willst jetzt nicht sagen, dass Dieter Hallervorden jetzt die richtige Assoziation war für dieses Thema Ja, absolut Ach Das ist lustig Dieter Hallervorden ist total wichtig Dieter Hallervorden ist Ich komme ja aus einem eher bildungsbürgerlichen Haushalt Und deswegen ist da natürlich eher Loriot der Go-To-Guy gewesen, wenn es um Humor geht Und nicht Dieter Hallervorden Dieter Hallervorden war dann doch eher so der Kinderhumor Auch wenn das natürlich gar nicht dem gerecht wird unbedingt Und der ist mir dann halt vor allem durch seine Sketche vielleicht bekannt gewesen Seine Spielfilme sind mir eigentlich tatsächlich nie so richtig Also Palim Palim ist glaube ich aus dem Sketch Aber das ist alles nicht so, da bin ich nicht textsicher Außer, dass man natürlich weiß, dass er irgendwie so aussieht wie Karl Dall Aber den Anspruch von Loriot hat An sich So ein bisschen Interessant, super einsatz Ja, so ein bisschen die Realität darstellen irgendwie so ein bisschen Und auch seine, weiß ich auch nicht Vielleicht ist es ein bisschen sein Spätwerk, was dann eher in die Richtung schwankt Ich glaube, Dieter Hallervorden hat eine enorme Bandbreite Du hast seine Spielfilme erwähnt Er hat Sketch-Comedy gemacht Viel Kabarett Und auch ganz wenig ernste Sachen Kennst du den Fernsehfilm Das Millionenspiel von Wolfgang Menge? Ja, das ist doch einfach Total Recall auf Deutsch, oder? Nein, das ist Running Man auf Deutsch Beziehungsweise, ja, also ich denke Stephen King wird das Ding mal gesehen haben Ich habe neulich auch einen Trailer gesehen für irgendeinen Film, wo ich mir gedacht habe Hä, Typ lässt sich für Geld jagen? Warte mal Das gab es doch schon mal, check das mal aus, aus den 70ern Von Wolfgang Menge mit Ich habe es gesehen Dieter Hallervorden als der Boss der Köhler-Bande Er hat volles Haar oder ein Toupet Und eine richtig dicke Wumme Und das ist schon strange Also es kommt ein bisschen Tarantineski Ja, der ist ein echt guter Fernsehfilm Und das ist vor Stephen King? Ja, weit vor Stephen King Also bevor er das, das hat er ja auch Running Man hat er unter dem Pseudonym Richard Bachmann geschrieben Ich meine Anfang der 80er Und dann wurde es halt in den Ende der 80er oder Mitte 80er Oder sogar Anfang 90er mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle als Running Man verfilmt Ja, Millionenspiel habe ich mal gesehen Fand ich auch total gut Gerade weil es halt das Design eines deutschen Fernsehfilms hat Aber dann plötzlich so eine wahnsinnig ernste und coole Story auch Die auch spannend ist Wer ist denn da der Running Man eigentlich? Ist das nicht auch ein wer bekannt ist? Ja, ganz berühmter Berliner Schauspieler Mit so großen Augen und Trennensäcke Den Namen kriege ich jetzt auch nicht mehr hin Aber ich weiß, wer den Moderator gespielt hat Dieter Thomas Heck Ja, eben, genau Ich weiß gar nicht, ob die dem erzählt haben, dass das eine ernsthafte Geschichte ist Oder ob er das einfach durchmoderiert Achso, der wird dann erschossen Okay, die denken sich ja immer was Neues aus in Mainz Keine Ahnung Dieter Hallervorden hat dieses Jahr einen Corona-Song gemacht Nein Ja, deshalb müssen wir jetzt dringend über was anderes reden Nämlich über die Ja, die zweite Inspiration Oder eigentlich die Hauptinspiration Für die heutige Folge Kommt vom amerikanischen Sänger und Songwriter Warren Zivon Wir hatten gestern kurz am Telefon drüber gesprochen Hattest du mal die Gelegenheit, in irgendwas reinzuhören? Ja, ich habe mir die Werewolves aus London angehört Und Naja, es ist dieser typische Fall von Man denkt, ja, ja, das kenne ich Und dann hört man genau hin und weiß man eigentlich auch nicht so wirklich, ob man es wirklich schon mal kennt Hat wahrscheinlich jeder mal gehört Dann habe ich gelesen Ich habe den Wikipedia-Artikel überflogen Dass eine exponierte Rolle in einem der ersten Kinofilme, den ich selber im Kino gesehen habe, gespielt hat Nämlich der Farbe des Geldes Wenn ich nicht alles durcheinander bringe, ist das ein Film, wo Tom Cruise irgendeinen Billiardspieler spielt Und von, lass mich lügen, Gene Hackman, kann auch wer anders sein, so quasi unter seine Fittiche genommen wird Ich lege mich fest, es war Paul Newman Ja, Mann halt Ja, Mann Und ja, Warren Siphon, ich kannte ihn auch nicht Er ist mir mal so hochgespült worden Und dann bin ich da total fasziniert gewesen Und in so einen YouTube-Rabbit-Hole runtergegangen Entschuldigung Kleines Bäuerchen Ähm, genau Manche könnten ihn kennen aus David Letterman's Late-Night-Show Da war er sehr, sehr oft zu Gast Also wer gerne mal irgendwie alte Kamellen von Letterman auf YouTube sich anguckt Kann man auch machen Es gibt ein Ding aus dem Jahr 2003 Das war sein letzter Auftritt bei Letterman Und er war zu dem Zeitpunkt sterbenskrank mit Lungenkrebs Und er gibt eine Stunde nochmal unheimlich Gas Und das letzte Lied, was er da spielt, heißt Roland, the Headless Thompson Gunner Okay Und das ist von seinem unglaublich geilen Debütalbum Excitable Boy von 1978 Und eben alle Leute, die jetzt hier das gerade an einem digitalen Medium hören Und sich nicht auf den Tape aufgenommen haben Können jetzt bitte nochmal sich Roland, the Headless Thompson Gunner anhören Ich zitiere kurz auf dem Text Roland was a warrior from the land of the midnight sun With a Thompson Gun for hire, fighting to be done The deal was made in Denmark on a dark and stormy day So he set out for Biafra to join the bloody fray Through 66 and 7 they fought the Congo war With fingers on their triggers, knee deep in gore Und es geht um Söldner Okay, ja, ja Und, ja, ich war total fasziniert Und bin dann da, darüber müssen wir was machen Dann habe ich geguckt, Söldner Ah, dann hat es bei mir auch geklingelt Und, ähm Aber 66, 67, ja? Congo war Das geht, ich glaube die Geschichte hinter dem Lied ist Dass er in der Kneipe jemanden getroffen hat Und hat ihm die Geschichte erzählt Und er hat das da so ein bisschen verwurstet Und das ist halt alles fiktionalisiert Ja Der ist auch nicht wirklich kopflos dann rumgeißen Super Lied Wie sieht es mit dir aus? Was assoziierst du so im Bereich Söldner? Also vielleicht für Leute, die unter dem Stein wohnen und Lack trinken Söldner sind Leute, die für Geld irgendwo Krieg führen Im Auftrag der Leute, die Krieg führen Ja Ich als alle Historiker kenne das vor allem eher so aus dem Ja, was ist das? Frühe Neuzeit? Irgendwie, keine Ahnung Irgendwie die Hessen in den USA Die ja da eingekauft worden sind Um da irgendwie Die Amerikaner Platz zu machen Von den Engländern, glaube ich Deswegen ist der Hesse, glaube ich In den USA immer noch Ein Drohmännchen quasi Für die kleinen Kinder Was ja ein bisschen witzig ist Wenn man so den gemütlichen Hessen Vor seinem Handcaster irgendwie sich vorstellt Ja Und ansonsten Söldner So in der Neuzeit Eher vielleicht so bei irgendwelchen Britischen Kolonien, die da halt versuchen Irgendwelche lokalen Geschichten Zu erobern Oder sich da selber ihren Weg freizuboxen Und dann vor allem, glaube ich Ganz neu Der Podcast, der uns ja nur am meisten Quasi Vorlagen gegeben hat Ist ja der Dollop, den wir jedes Mal erwähnen Da gibt es auch immer gerne mal wieder eine Folge Über irgendwelche verrückten Söldner Die ihren eigenen Laden versuchen aufzumachen Ja, und dann dabei irgendwie lustig scheitern Und nebenbei Leute umbringen Steilvorlage Siegfried Müller Oh Wird 1920 in Krossen an der Oder geboren Ja Mit 13 Jahren tritt er 1933 der Hitlerjugend bei Ist, man würde heute, glaube ich, sagen Early Adopter Gefällt ihm gut Im Oktober 1939 Tritt er in die Wehrmacht ein Und macht während des Zweiten Weltkrieges Einmal die große Runde Alle Fronten außer Afrikakor 1945 erhält er das Eisernes Kreuz 1. Klasse Gerade ist dein Bild weggegangen Ich hoffe, wir nehmen weiterhin auf Hier steht es, geht es weiter Ich habe kein Bild Ich habe nichts geändert hier Ganz geil Und nach Eisernes Kreuz 1. Klasse Und wird 1945 verwundet Landet in einem Militärhospital Und gerät in US-amerikanische Gefangenschaft Wie heißt er mit Vornamen? Siegfried Siegfried Kriegt aber bald einen anderen Namen Unter dem, der dir eventuell auch bekannt ist Early Adolpter Sensationell 47 wird er entlassen Und von 48 bis 56 Dient er in den amerikanischen Labour Service Units Achso, Entschuldigung Da muss ich noch einwerfen Söldner ist nicht letztendlich Die Fremdenlegion der Franzosen Letztendlich nicht auch eine Söldnertruppe Das wäre meine erste Assoziation gewesen zu Söldnern Das ist eine exzellente Frage Nur die sind halt nicht extern Die sind halt wirklich Teil der französischen Es ist, ja du hast halt Leute, die nicht Franzosen sind Die die Drecksarbeit Machen in der Militäreinheit Aber es ist noch ein bisschen anders Aufgezogen Aber ja, da sind halt viele auch von Diesen Post-Zweiter Weltkrieg Da sind ja viele angeschwemmt So kam ich dazu Genau, okay Also mein Vater erzählt auch die Geschichte Er hatte mal so einen entfernten Bekannten Der ist dann irgendwann Auch bei der Fremdenlegion Der ist irgendwie schiefe Bahn Fremdenlegion Irgendwann zurückgekommen Traumatisiert Selbstmord Ich muss meinen Vater nochmal fragen Wie genau die Geschichte war War da auch ein bisschen Bisschen jung Als er mir die erzählt hat Genau, er ist in den Labour Service Units Es ist so ein ziviler Beziehungsweise halb ziviler Angestellter der US-Streitkräfte Okay Er ist da Wachmann Erster Klasse, zweiter Klasse Ey, da ist so eine komische Karriere Wo? In Deutschland Ah ja, okay Also im Rahmen von In Westdeutschland In der amerikanischen Besatzungszone Wo genau Habe ich jetzt hier nicht mehr auf Lager Hessen wieder Ja I should think so Ah genau 1956 Dann gibt es ja auch irgendwann Die Bundeswehr wieder Und die Bundeswehr Wollte ihn nicht mehr haben Er hatte wohl Durchgrund seiner schweren Verwundung Im Zweiten Weltkrieg War er wohl Auch irgendwie Fitnessmäßig Nicht mehr ganz auf der Höhe Und er war Hat es in der Wehrmacht Zum Oberfernricht gebracht Was jetzt auch kein Offiziersrang war Und er war da nicht Er war da nicht Besonders wohl gelitten Und dementsprechend Wurde er nicht für die Als Offizier für die Neu gegründete Bundeswehr Berücksichtigt Sondern Seine nächste Station War ein Arbeitgeber Der möchte Dass er weiterkommt Er hat für BP gearbeitet British Petroleum Ja Und dann hat sie Nämlich doch nach Afrika Verschlagen Er hat nämlich Rommels Afrika Corps Hinterher geräumt Und war als Minenräumer Unterwegs Ah Okay Damit BP da irgendwie Sicher irgendwelche Bohrlöcher buddeln kann Yes Danach geht Müller zurück Nach Deutschland Findet aber Nicht so recht Im zivilen Leben Fuß Immer er gründet Familie Hat Frau und Kind Aber Deutschland Ist ihm nichts Und 1962 Geht er nach Südafrika Und da lassen wir ihn erstmal Denn an dieser Stelle Müssen wir Wie so oft Erstmal ein bisschen Kontext machen Und Okay Machen wir eine kleine Pause Ich habe ein bisschen Noch hier Was zu wuseln Und wir sprechen uns Wieder in wenigen Sekunden Sehr gut Pause Da sind wir wieder Die Sachen sind geregelt Die zu regeln waren Und wir Machen Weiter Wir machen weiter Im Kongo Ah Ach Kontext Genau Wir sind beim Kontext Ja der Kontext Wir sind im Kongo-Kontext Und es ist viel zu kompliziert Für jetzt irgendwie Eine dreiviertel Stunde Angesäuseltes Pallaver Ganz kurz In prähistorischer Zeit Ist das Gebiet Des heutigen Kongo Von Pygmäenvölkern bewohnt Über die Jahrhunderte Wandern Bantu-Völker ein Ein Sammelbegriff Für viele diverse Zentralafrikanische Ethnien Zwischen dem vierten Zwischen dem vierzehnten Und achtzehnten Jahrhundert Gibt es das König Reich Kongo Und das unterhält Mitunter auch so enge Beziehungen Zu Portugal Das waren die Entdecker Die da aufgeschlagen sind Als allererstes Und Naja Das endet dann halt wieder In Ausbeutung Sklaverei Und der ganzen kolonialen Gesamtscheiße Im 19. Jahrhundert Sind die Portugiesen weg Vom Fenster Und weder die Briten Noch die Niederländer Noch die Franzosen Haben Irgendwie groß Bock Auf dieses Territorium Dann kommt Die von uns Schon mal Die Berliner Konferenz Auch bekannt Als die Kongo Konferenz Ja 1800 Schlag mich tot Wann war es nochmal genau 1818 Irgendwas 70 Ja 85 85 85 Und da haben wir nämlich Warte mal Das ich Oh 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 Das Bismarckometer Schlägt aus Oh Aber nicht so sehr Und auf Otto von Bismarcks Großer Kolonialistensause Schnappt sich Leopold Der Zweite von Belgien Die Kongo Nicht für Belgien Sondern für sich selbst Ah Wer Wer die Scheiße Nachhören möchte Und wie Scheiße Das ist Und wie das Wie schrecklich Das alles ist Könnt ihr euch am besten Bei Robert Evans Im Podcast Behind the Bastards Über Leopold den Zweiten Und den Kongo Anhören Und den Kopf schütteln Und die Hände Es ist furchtbar Und es sprengt den Graben hier Äh den Rahmen hier Entschuldigung Äh Das überspringen wir Das hört ihr jetzt woanders nach Und 1960 Erhält der Kongo Seine Unabhängigkeit Erster Ministerpräsident Wirt Patrice Lumumba Ähm Ein Verfechter Der kongolesischen Unabhängigkeit Und ein Verfechter Des alkoholischen Mischgetränks Kennt man in Deutsch Genau Das ist halt auch So eine So eine weirde Aber das ist die Sache Um das mal Ich bin ja dafür da Das Ganze ja ein bisschen Von dem Von dem geplanten Gleise zu schubsen Ja Ähm Das ist eine Frage Die haben wir die diskutiert Vielleicht schon mal Bin mir nicht ganz sicher Wo ich mich gefragt habe Ob der Lumumba Ganz rassistisch Nur Lumumba heißt Weil da irgendwie Das ist ja Kakao mit rum Wenn mich nicht alles täuscht Ja Weil der halt Schwarz Weil der halt braun ist Oder auch der Lumumba heißt Weil der zu der Zeit Erfunden wurde Wo der Lumumba Gerade so ein großes Ding war Nämlich Ende Mitte der 60er Ja Exzellente Frage Das ist wieder Die Kulturgeschichte Von Essen Und Getränken Ist eigentlich das Was ich am allerliebsten mache Wir machen noch viel zu wenig Über Nahrungsmittel Und Getränke Hier Weiß ich nicht Aber er hatte zu der Zeit Natürlich eine gewisse Internationale Bekanntheit Weil ja auch irgendwie Alle in diesem In dieser Dekolonisation Irgendwie noch alle Mit reingepfuscht haben Es kam ja dann auch Ganz schnell Im Rahmen des Kalten Krieges Diese Stellvertreterkriege Dass sich Sowohl die Mächte Des Ostblocks Als auch des Westens Versucht haben Da rein zu zecken Der übliche Kram Rohstoffe Ja Politische Hoheit Und sowas Politische Hoheit Genau Letzten Endes Da gab es noch Stellvertreter Genau Alle pfuschen da rein Sowjetunion USA Belgien Und das ist auch Dieses große Problem Dass Im Rahmen der Dekolonisation Es gab ja Es wurden ja niemand Darauf vorbereitet So die Die Leute Die da Verwaltungsbeamte Regierung Hohe Militärs Und so waren Sind alle abgehauen Und was halt blieb Sind halt so Mittelrangige Militärs Gibt es aus Uganda Diese Wahnsinnsgeschichte Über Idi Amin Auch Auch sehr gut nachzuhören Bei Good Old Robert Evans Genau Kolonialen Eliten Sind weg Und die Die lokalen Leute machen Da also ihr Eigenes Süppchen Und Wir hatten ja Darüber gesprochen Über Bei der Bei der Berliner Konferenz Bei der Kongo Konferenz Als die da besoffen Mit dem Edding Die Grenzen gezogen haben Ganz viele Unterschiedliche Religionen Ethnien Leute die überhaupt Nicht viel miteinander Am Hut haben Sind in einem riesigen Staatsgebilde Zusammengewurstet worden Patrice Lumumba Wird unter Beteiligung Der CIA Des belgischen Geheimdienst Und einem seiner Gegner Moise Chombe Ich weiß Ich spreche die Namen Alle falsch aus Heute Und an anderen Tagen Auch Wird ermordet Und dann geht es Wild hin und her Es wird chaotisch Und es gibt ganz viele Unterschiedliche Ganz viele unterschiedliche Parteien Am Ende vom Lied Ist Mobutu Sese Seku Am Ruder Und der Kongo Wird dann irgendwann Zu dem Staat Zaire 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 Und Mobutu Richtet da Eine jahrzehntelange Schauerliche Diktatur Und Kleptokratie Ein Mit Personenkult Mit allem Zip und Zapp Machen wir vielleicht Mal in einer anderen Folge Wir bleiben aber jetzt In den 60er Jahren Denn wir müssen ja auch Irgendwann zurück Zu Siegfried Müller Richtig Zwischen 64 Und 67 Gab es den sogenannten Simba Aufstand Getragen von ehemaligen Weggefährten Tigern Ne wer ist Simba nochmal Simba ist Der ist im Dschungel Ja Sie pennen Ja König der Löwen König der Löwen Genau Löwe Tiger gibt es ja gar nicht Bin ich aber auch nicht Textsicher Ne ich auch nicht Gut Genau Ehemalige Weggefährten Lumumbas Die haben Unterstützung Teilweise aus China Und der Sowjetunion Und später auch von Che Guevara Ach das stimmt Klar Der hat ja rüber gemacht Genau Also Che Guevara hat Irgendwann mal Nicht nur wir Der hat ja versucht Der war ja eher so einer Der aktiven Tat Und nicht so einer Der Politiker werden wollte Wie sein Kumpel Castro Der dann da Kuba Geleitet hat Sondern der hat sich dann Ja immer schön In die Action gestürzt Und wollte irgendwelche Revolutionen Hier und dort machen Was ihn dann letztendlich Auch da in Bolivien Oder wo das war Den Kopf gekostet hat Genau Sozusagen ein Im Alleingang Die Revolution exportieren Genau Sein Gedanke Genau Und da gab es eben Diesen Simba Aufstand Und den niederzuschlagen Holte sich der Damalige Machthaber Der aus dem Exil Zurückgetreten Zurückkehrte Moise Jombe Tatkräftige Unterstützung Von Mad Mike Whore Einen Iren Der eine schlagkräftige Söldnertruppe aufbauen sollte Kurze Pause Und kurzer Schwenk In die Populärkultur Die Wildgänse kommen Hast du den gesehen? Ja Kriegsfilme Dafür war ich natürlich Immer zu piecig unterwegs Deswegen weiß ich Dass es den gibt Aber ich weiß nicht Ob ich den jemals gesehen habe Söldner Klamotte Die sich da rumdreht Und kann auch mit Hardy Krüger Kann sein Dass die Rolle von Hardy Krüger Auch an unserem Siegfried Müller Angelehnt ist Ja Gut Und Ja Das hat auch Resoniert Bei den Leuten In der Popkultur Aber sprechen wir gleich nochmal drüber Und Genau Ziel war Westliches Militärisches Know-how Leute sind erfahren Durch europäische Konflikte Zweiter Weltkrieg Und so weiter Da gibt es halt sehr viel Erfahrene Soldaten Und eben auch Überlegene Bewaffnung Die wissen wie man mit dem Equipment umgeht Und wie man wo Irgend so kleine Aufstände Da halt auch platt machen kann Ja Hat ein Buch Mehreren Gründen Er hat gesagt Er hat gesagt Ich schon mal An das später Und so seine Memoiren Live verfasst Und was auch Eindruck Und was natürlich auch Eindruck gemacht hat War Müllers Eisernes Kreuz So die Geschichte Der hatte wohl Zwei Eins hatte er Im Pyjama Das hat er halt Immer getragen Und wenn du dir die Bilder Aus der Zeit anguckst Die dann später entstehen Immer Eisernes Kreuz dran Ja da kann man nur zu sagen Die Jugend scheint sehr zu prägen Fürs weitere Leben Ja Und Können wir 15 abholt Oder hast du auch immer So ein Eisernes Kreuz Nee 25 Dann Ja Ist es 45 Immer noch ganz geil Ja Und ich stelle mir das halt so Wenn du diese 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 Typen Die sind dann alles Teilweise noch Jünger Und Man merkt halt so bei vielen Da gibt es dann halt auch Dokumente darüber So wieso macht ihr das Und es wirkt halt so Das sind halt nicht so die Die kommen halt gar nicht so Als die Die toxischen Mordbuben daher Sondern So eher so dieses Die kennen nichts anderes Und das gibt ihnen Struktur Das Militärische So dann Dann hat man was Dann hat man was zu tun Und Ja halt auch so ein Vehementer Antikommunismus Ja Wohnt den da auch Innen Kommen wir gleich nochmal zu Und Ich gehe jetzt nicht so sehr Ins Detail Wie jetzt die Die Kampfeinsätze Aber das erste Kommando läuft so Müller Kommandiert Ein Paar Leute Wie war das so organisiert Von der Struktur her Weißt du das irgendwie Also ist das Also 700 Leute War das so ungefähr Oder ist das noch größer geworden Okay Und dann Wie teilt sich denn sowas auf Werden dann da 700 Leute Irgendwo hingeschickt Oder sind hier 24 dort Und dann nochmal 30 da Und die machen Hinterhalte Oder überfallen halt irgendeine Ortschaft Ja Ich habe mich jetzt nicht genau Mit den Organisationsstrukturen Oder den Der Militärtaktik Beschäftigt Aber Habe ich gleich noch was zu Es ist erstmal Er kriegt sein erstes Kommando Ich weiß nicht wie viele Leute Da unter ihm arbeiten Aber sie greifen eine Ortschaft an Werden zurückgeschlagen Die ersten zwei deutschen Söldner kommen ums Leben Bumm Ja Und nach diesem Fehlschlag Wird Müller entlassen Nee Warte Befördert Ich habe mich kurz Kurz verlesen Sorry Skippfehler Ja Ja Wird zum Hauptmann befördert Und er wird beauftragt Mit dem Aufbau Des 52. Kommandos Aus deutschen, Belgier, Niederländern Und 150 Soldaten Des kongolesischen Heeres Das sind doch bestimmt niemals 51 andere Kommandos gewesen Das ist doch bloß damit es besser klingt Ja Genau Vollkommen richtig Ähm Nochmal zur Erinnerung Das sind die Regierungstruppen Ja Das ist jetzt eine Das ist jetzt Die sind dann gemercht worden quasi Ja Hier geht man mit den Geht man mit den Leuten Mit den Knarren mit Ja Und Ähm Erneut führt er Erneut führt er seine Truppe Da in den Kampf Er greift die Stadt Buende Oder Bönde an Wird aufgehalten Der deutsche Söldner Fritz Kötteritsch stirbt Und die Hälfte von Müllers Söldnern Macht sich davon Ah Das Ganze ist ja Äh Wenn Wenn sich Staaten So Mordbuben Anheuern Das ist Nicht ganz Äh Die feine englische Art Und wieso wissen wir eigentlich So viel darüber Ja Wahrscheinlich Weil Leute irgendwie Interessante Biografien geschrieben haben Was für tolle Kriegshelden Sie waren Mhm Einmal das Hinten raus Ein paar Ähm Ein paar Memoiren Aber Kriegsverbrechen Die von der anderen Seite Dokumentiert werden Von der Gegenseite Na schön wär's Äh Ne Es gab Äh Westliche Journalisten Im 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 Ja Die haben darüber berichtet Dass John B. seine Truppen Mit westlichen Söldnern Aufbieft Und über Müller Haben wir zwei Sehr interessante Äh Quellen Ende 1964 Reisen zwei Journalisten Des Stern In den Kong Mit reichlich Kohle Und reichlich Bier Schlagen sie sich Zu den Söldnern Äh Durch Weil Ja das macht halt gut Gut Auflage Ja es ist Erhöhungs Enthüllungsjournalismus Vom Feinsten Und einer dieser Journalisten Ist Gerd Heidemann Äh Sagt mir jetzt direkt nichts Sollte mir das was sagen Doch du kennst Gerd Heidemann Hitler Tagebuch Heidemann Ach so Das ist ja gleich Im gleichen Hause geblieben Die ganze Zeit Ja Klar Ich glaube den Fanden sie geil beim Stern Er hatte halt Wie gesagt Das ist Ich zitiere jetzt ein bisschen Aus dem Aus Stonk Ja Dem Film Wo es ja auch Um die Hitler Tagebücher geht Ja und da sagen wir Harald Junke Spielt ja dann einen Von Gruner Und ja Ja schmierig ist er Schmierig Aber ein Spürhund Ja das kommt auch Eine Arte Doku Wo er dann Wo sie ihn auch Zu Wort kommen lassen Ich muss ein bisschen Vorsichtig sein Der gute Gerd Heidemann Lebt nämlich noch Shoutout Hallo Doku gibt es auf YouTube Und ich lade jedem ein Sich mal ein Bild dazu zu machen Er blättert da halt So durch seine Fotos Und auf allem ist er Ja guck da habe ich mich Selber mit aufs Foto gepackt Also als sehr frühes Selfie Hat er auch dabei Und er fand das halt Auch richtig geil Glaube ich Und auf dieser In dieser Doku Unterlegen sie es dann auch Mit Sympathy for the Devil Das ist also Er fühlt sich da Richtig embedded Und wenn man sich das so Macht sich am besten Jeder mal selber Eindruck von Ich habe den Eindruck Dass er sich da ganz schön In die eigene Tasche lügt Ja Aber er sieht sich selber da als Irgendwie objektiven Kriegsberichterstatter Ja natürlich Gleichzeitig Aber Aber halt auch als Geilen Typen Und der da jetzt Auf dem Ja und dann ist da die Granate da und da Eingeschlagen Drei Da habe ich eine halbe Minute vorher gewesen Also er hat halt richtig so Er hat sich da halt auch Richtig Embedded Ja verstehe Äh genau Heidemann trifft seiner Aussage nach Äh hat irgendwie Jeep dabei Mit voller Bier Und äh Trifft auf die geflüchteten Söldner Müllers Und er bringt die Deserteure Zurück zu Müller Müller freut sich sehr Findet es super Ah da kommt ein Journalist Der hat Bier dabei Die saufen den ganzen Tag Ähm Und er lässt sich dann auch Ganz toll in Szene setzen Gibt's wundervolle Bilder Mit kurzen Buchsen Eisenkreuz Und Speer Weil die ja mit dem Speer Gekämpft haben Äh Wahrscheinlich Irgendjemanden Den sie Den sie da Abgeschossen haben Das weggenommen Und sie Er hat auch Und da wird halt auch Nicht gesagt Da gibt's halt unterschiedliche Aussagen darüber Wo die Wo die Totenköpfe herkommen Sein Jeep Hat er auch mit einem Totenkopf garniert Schön Ja Ähm Es gibt tolle Bilder Die Heidemann an den Sternen liefert Und was der Stern da drogt Das ist halt schon sehr Sehr Voyeuristisch Und aber auch irgendwie Kolonialherrenmanier Ja Ich glaub Kriegsberechterstattung Ist immer dünnes Eis Aber letzten Endes Ist halt wieder Weiße schreiben über Weiße Und Dann kommen so Zwei Weiße wie wir Die drüber über die Anderen Weißen Aber wenigstens Machen wir uns über die lustig So Boom Sehr schön Ja Ja Irgendwann kommt Mike Hoare Der Chef von das Ganze Vorbei Weil die Stimmung im 52. Kommando Wohl nicht so gut ist Stellt dann fest Dass da ein Journalist rumlungert Schmeißt Heidemann Achtkantig raus Und Müller Wird entlassen Ne Jetzt wirklich nicht Wieder Wieder Befördert Ich hab mich Zum Major Und Hat noch diesen oder jeden Kampfeinsatz Und verlässt den Kongo Einigermaßen Erfolglos Im Jahr 1965 Ja So Machen wir zur anderen Stelle Machen wir eine kleine Pause Um hier nochmal Die Aufnahmen zu sichern Die Lülülülü Werbung Die Lülülülü Werbung Und ich hatte ja gesagt Es gibt zwei Quellen Ja Nebst Heidemann Und Da Haben wir die Die andere Quelle Das sind dokumentarische Aufnahmen Zweier Filmemacher Aus der DDR Walter Heinowski Und Gerhard Scheumann Okay Die auch darum geeiert sind Nein Die treffen Nach dieser ganzen Geschichte Ähm In Müller Siegfried Müller Mittlerweile auch bekannt als Kampfein Kongo Müller Okay Das ist halt die Das ist halt heute der Kongo Das war halt so Als ich Als ich halt über Roland The Headless Thompson Gunner Nachgedacht habe Da gibt's Da gab's auch Kongo Müller Da gab's doch was Und das war mein Mein Auslöser Jetzt für Für die Folge Und Die beiden Treffen sich mit ihm Die haben eine Westakkreditierung Und Treffen sich in München Mit Müller Ist das zeitnah Oder viel später Auch Zweiter Hälfte Sechziger Ja Und Die Machen den Film Kommando 52 Also das ist halt So die Die zeigen es halt Letzten Endes Dieser ganze Konflikt Auf beiden Seiten Fürchterliches Mordbubentum Äh Menschenrechtsverletzungen Definitiv Auf beiden Seiten Du kannst halt Weiß nicht Die Guten Da gibt's keine Guten Da gibt's irgendwie die Da gibt's Leute im Kongo Die Den es schlecht geht So hinten raus Die Scheiße Ja genau Und Das ist sozusagen Jetzt die Die andere Seite Und die machen den Film Äh Kommando 52 Und In einem Münchner Filmstudio Angemiete Sagen ihm Ja wir sind vom Deutschen Fernsehfunk Und Das hat Müller wohl nicht Überrissen Was der Deutsche Fernsehfunk ist Ja Nämlich das DDR Fernsehen Und es ist Das Ding gibt's auch Dann später eine Doku Sozusagen Über die Doku Okay Der lachende Der lachende Mann Ebenfalls Auf Auf YouTube Zu Zu haben Und Er Erzählt Frei von der Leber Weg Und lächelt Die ganze Zeit Und Diese beiden Interviewpartner Gehen sehr Respektvoll Miteinander um Und das ist unglaublich Was für ein Gewähltes Hochdeutsch Die Miteinander Reden Also diese Sprachliche Von der Form her Der Inhalt Irgendwie Ziemliche Brutalität Da gibt's auch Haufenweise Zitat Ich hab mir mal so Ein, zwei Sachen Sagt halt Vor 20 Jahren Habe ich für das Großdeutsche Nationalsozialistische Reich gekämpft Heute kämpfe ich Für den freien Westen Also man hat es halt Ganz Das ist so Auch deren Beides gegen die Sowjetunion Das ist doch Ungefähr Das gleiche Das ist so Deren Kontinuität Und ich glaube Hinter den Kulissen Haben sich die beiden DDR-Filme Schön die Hände gerieben Der Der packt nämlich dann halt So So aus Und Das Ganze wird dann In der DDR Halt ein Film Und das soll halt zeigen Der Imperialismus Der Faschismus Und der Militarismus Des NS-Regimes Der wächst fort In der Bundesrepublik Und den Alles eine Kontinuität Da gibt's überhaupt Keinen Unterschied Ja Genau Es ist Und Im Wetter Irgendwie Vorge Dann wird Später wird Heinowski Und Scheumann Vorgeworfen Sie hätten ihn Betrunken gemacht So Und ihre Sag ich so Zitat Müller hat mit Schlafwandlerischer Sicherheit Nach dem Pernod gegriffen Ja Es ist So eine White man's burden Auf Anis Schnaps Er gleitet da halt Richtig Man kann das sehen Das ist ähnlich wie Eine Folge von Geschichte ungenügend Wo der Protagonist Im Suff abgleitet Und nicht mehr zu stoppen ist Ja Genau Er labert Und entschuldige bitte Dein Redeanteil ist heute Wirklich gering Aber ich bin on fire Sorry about that Ja Du hast ja auch die Infos Ich weiß ja nix Ja Das mit dem Mit dem Jeep Hab ich erzählt Das mit dem Eiserne Kreuz Na klar Schnitt auf das Eiserne Kreuz Da ist natürlich Das Hakenkreuz drauf Und Ja Der Film Kriegt In der DDR Verbreitet Und soll halt Den Das Das Klischee Vom imperialistischen Westlichen Mordbuben Da Weiter verbreiten Und Im Westen Ist der Film Ist der Film Verboten Achso Okay Ähm Ja Es ist halt auch die Ähm So ein bisschen Auch der Widerstreit Zweier Mediensysteme So Der Auf der einen wird Ja Guck mal hier Unsere Das ist hier Die Die machen was Gegen die Sowjets Guck mal da Und Also letzten Endes Wird halt aus so einer Verkrachten Soldatenkarriere Und diesen ganzen Typen Die irgendwie Keinen Fuß fassen Im zivilen Leben Und sich dann halt Für alle möglichen Sauereien einspannen Lassen halt auch Eben der Der Systemkonflikt Deutlich Und im Westen Ist es dann verboten Also erstens sieht man ja mal Dass da offensichtlich Auch Sachen verboten werden Die nicht in das politische Kalkül reinpassen Weil das einfach Dann aus Propaganda ist Oder was Ja Da wird unser armer Siegfried Müller hier Die haben den betrunken gemacht Alles erstunken und erlogen Aber Ja Wie gesagt Der Der Pernod Ja Ey Wir müssen auch sagen Es gibt auch andere Anisschnäpse Rikard Wir fallen keine anderen ein Wir werden hier nicht gesponsert Ein 50 Ja Siegfried Müller Stirbt 1983 In Südafrika An Magenkrebs Warren Sivon Ja Da fühlt er sich wohl Warren Sivon Stirbt 2003 An Lungenkrebs Der Kongo Hatte weniger Glück Ja Und wurde auch Um die Jahrtausendwende Wieder von Blutigen Bürgerkriegen Gebeutelt Also es ist echt Kongo Ist traurig Also Naja Ähm Und jetzt müssen wir den Bogen Natürlich wieder zurückspannen Zu Didi Hallerforden Zu Didi Hallerforden Und du sagtest ja Sein filmisches Werk Kennst du nicht Und das ist auch ganz gut so Weil das hätte nämlich viel Viel verraten Ähm Es gibt den Film aus den frühen 80ern Ich weiß jetzt gar nicht Ob das noch zu Müllers Lebzeiten Im Kino lief Ob er sich da nochmal Persifliert sehen konnte Ähm Dieter Hallerforden Dieter Hallerforden spielt da Äh Mehrere Mehrere Rollen Das ist weil Der alte Bömmelmann So ein reicher Typ Äh Hat mehrere Äh Erben Also einmal Didi als Didi Der so der Der gute Protagonist ist Und dann gibt es halt auch so irgendwie Noch die anderen Verwandten Die halt auch so eine So eine eklige Mischpoke ist Und da gibt es eben Äh Kongo Otto Ach so Ach was Ja Und das ist halt Schnitt CIA Was Ja Also erst dann da irgendwie Dann haben sie da irgendwo in Babelsberg Fahren sie da mit so drei Jeeps rum Und haben eine Haben eine Nebelkerze Und es dauern um ihn rum Werden Leute erschossen Versager Und ähm Man merkt Also einmal merkt man Dass Hallerforden da richtig Bock hat Ja Und es ist halt genau dieser Kongo Müller Persifliert Der hat auch auf dem Jeep Den sie da gefilmt haben Auch einen Totenkopf drauf Und ähm Ja Also ganz klar Dementsprechend muss Muss Kongo Müller Auch in der Ähm Im Im Bundesrepublikanischen Bewusstsein Auch Eine gewisse Relevanz haben Ich hatte meinen Vater nochmal gefragt Der war so Ja Da klingelt was Ich muss mich noch ein bisschen nachbohren Und dann Dann fiel es ihm wieder ein Ja aber das Das ist wirklich interessant Weil sowas ist ja Aber auch total vergraben Heutzutage So ein bisschen in der Welt Also man Das weiß ja kein Mensch mehr So ein bisschen Was Da sieht man auch mal Was für eine andere Welt Das auch noch so ein bisschen war Vor Ist ja auch schon wieder 50, 60 Jahre hier teilweise Ja Aber Babelsberg Werden sie wohl nicht gedreht haben Fällt mir gerade so ein Shit ja Guter Punkt Warum haben die denn da alle gedreht Haben die nicht alle in München gedreht Ja Oder wo waren das Filmstudios Ja Ja Studio Hamburg Aber da wurde mehr Fernsehen gemacht Aber das muss Der stimmt Das muss Bavaria Studios Irgendwo hier Unterföhring Oder Niedergiezing Irgendwas gewesen sein Ja Well spotted Dankeschön Ja Das ist mein Job Ja Koko Müller Ich werde das mal Ich werde das auch mal versuchen Noch mal zu beobachten Weil mir war das null Ein Begriff Und ich bin ja auch noch ein Kind Der alten Bundesrepublik Und mit Stapelweise Spiegeln Der Eltern im Keller Aufgewachsen Also der Zeitschrift Und nicht echten Spiegel Insofern Da kriegt man ja doch Eine ganze Menge mit Als Kind eigentlich Oder als Jugendlicher Aber das habe ich auch noch nie gehört Und vor allem Dass dann so jemand wie Vor allem dass das dann In so einem Film Wie beim Hallervorden Da ja nur wirklich Einfach nur So eine allgemeine Humorsache Die jeder kannte Aufgenommen wird Muss ja wirklich Eine Wichtigkeit gehabt haben Zumindest die Figur Eines deutschen Typen Der in die Welt rauszieht Um halt Sein Kriegshandwerk Vorzusetzen Das ist ja offensichtlich So eine stetende Figur Die halt irgendwie bekannt war Ja Da gab es bestimmt Noch ein paar andere Nur Sigrid Müller Hat sich halt Togo Thorsten Gerne Ich Bitte Togo Thorsten Ja Naja Müller hat halt Sein Gesicht Dann gerne In die Kamera Gehalten Ja Und ich glaube Das war so Seine Staying Power Und der Stern Damals Riesenreichweite Und lustigerweise In meinem Elternhaus Wurde auch Der Stern Gelesen Bis zum gewissen Zeitpunkt Gab ja nur zwei Sachen Es gab den Spiegel Und den Stern Und der Stern War immer so ein bisschen Wilder Und der Spiegel War der für die Intellektuellen Ja Das war auch mein Ticket in die Welt Von Frauen oben ohne Also das hat es ja auch Henry Oh ja Hier Naturvölker Ja Ast rein Aufs Titelblatt Weil es Titten Wie sagt die Titanic schon Das Titelblatt Heißt Titelblatt Weil es Titten hat Haben sie Henry Nannen In den Mund gelegt Ja Sehr treffend Ja Aber Stern Ist mir nie so richtig Begegnet Das stimmt schon Ja Es Das war halt eher so Die Bildreportage Und Heidemann Hat halt auch wirklich Abgeliefert Da muss ich den Stern Eigentlich nochmal raussuchen Mit den Bild Es ist auch wirklich Die haben auch wirklich So Leichen Und so weiter Und in dem Wie sie auch so Befreit erzählen Über Folterung Und so weiter Es ist Zum Kotzen Dementsprechend Fickt Kolonialismus Fickt Imperialismus Und wie sagte Warren Siphon Als sterbenskranker Mensch Wenn er den Letterman fragte Ja Du hast du irgendwie Worte für die Nachwelt Und Warren Siphon sagte Geht ab und zu mal zum Arzt Enjoy every sandwich Und Ja Ich glaube das ist auch Ein schönes Schlusswort Auch an die Leute da draußen Enjoy every sandwich Und Wir sehen uns gleich Bei mir zu Hause Sehr gut Ja da kommen wir Das kriegen wir hin Und Die anderen Menschen Hören wir demnächst Wenn es wieder heißt Wenn Jani Imhoff Irgendein komisches Thema Bei sich im Urlaub ausgräbt Dann wird das Dann wird wieder das Bismarckometer angeschmissen Oh ja Ciao Macht's gut Ciao Jingle out Tschüss Jingle out Tschüss Wie看's Wow Jani im Auftrag mit